Meine Klamotten hol ich dann später und meine Drohnen, die zwei da hinten. Macht's gut, Herr Trottel. Ich hau dich mit der Tür drüber. Oh oh. Jetzt hab ich euch weggefurzt, Jungs. Äh. Geht mir verlaufen. Nö, he, he. Nett. Wir kloppen die auch nicht gegen die Tür. Was machen die ja sonst immer? Halt mal. Hier ist Duke drin. Das ist nix gut. Oh oh. Oh, deine Bädchen direkt neben die Ofen. So, ich meine, ja. Mach mich drei Brote. So, und jetzt wird das mal gefuttert hier. Ich hoffe, hier kommt keiner von oben reingestiefelt. Das könnte nämlich übel werden. Dann können die durch die Tür hauen, das ist ja voll heftig. Oh, das ist jetzt natürlich interessant, warum. Nö, 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 nö. Lalalala. 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 Nö, 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 nö. Was soll ich jetzt mit ner zweiten Workbench, außer zur Verschönerung? So, brauchen wir uns noch ne Angel, würde ich mal sagen, gell? So, wie ging die nochmal? Nö, 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 nö. ich weiß es nicht mehr ging das so gut einen pfeil habe ich nur einen treib pfeiler habe ich aufgezeichnet drei pfeilen kann ja richtig viel wird anfang weg weg dann doch ein paar brote können wir noch machen so ich wollte doch mal mir schwer baum ich wollte schmerz bauen ich sage das passiert mir ständig dass ich die klamotten einfach wegschmeiße ich wollte schmerz bauen er kommt hier ähnlich rein er kommt doch ein monster wieso kriege ich ja ständig das achievement habe ich doch schon mal bekommen das ich musste ihn jetzt so abwehren es ging nicht anders es ging nicht anders nicht nur einer nöhn fuck you du penner alter ich war schon übelst weit weg ist das zu kotzen ich hasse diese fucking creeper diese dämlichen schlöcher ist das scharf eigentlich noch da so kann ich ja gar nicht nachgucken es hat sich an wie scharf jetzt muss ich die ganze kacke ja wieder reparieren wegen dem penner so ein ebnen nach besten und gewissen ein bisschen flicky flicky marie so ups ohne zu verschwenderisch zu wirken er hat es ja wertvoll in diesem spiel fast zu wertvoll wie gravel mann 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 ups das ist ja auch noch ein loch jetzt habe ich wieder nicht nur holz ich habe wieder mal nicht nur holz vor der hüten zeprapep püpp püpp nein ey lass dich blöde kalenderruhe mann du blöde Katze Junge Junge Glas 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 zweimal bitte dankeschön pack mir das mal ja das spielte verrückt jetzt kriegt ihre fünf minuten ich krieg ihren macken ich krieg macken mit dj ah mann ich krieg auch macken alte na was das ist boah ist das so doppeltür doppeltür und damit werde ich nicht den von harry porto den doppeltür ja na so jetzt habe ich mir da hinten die ganze erde weggefahren weil ich die hierhin packen wollte wer ist da aber nein da kommt ja der mother creeper und macht ja alles kaputt na hau ab mann so wie weit baue ich den von hier ja bis ne ist zu weit und bis hier würde das noch reichen als Schweinestall sooo ne hoch direkt kaputt gegangen ja los macht ein wenig schneller bitte eine wenig schneller heiße klar oh katzenvieh das war meine gedachte man hast du ein glück dass die seite nicht abgesprungen ist kaputt gegangen ist alter da ist so eine wacke oder das alter da guckt er mich an so eine blöde kuh ey okay oh man ne das ist echt unendlich nervig ich kann das doch unmöglich alles testen naja vielleicht kriegt er ja die katze nebenbei ein bisschen mit und kichert im hintergrund hi 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 oh mein kalter kaffee oh sehr schön so bis wohin baue ich stehen warte mal ist ja klar das ist bis da dann machen wir das doch bis da geh weg blümchen geh weg du blümchen das würde benjamin äh fuck you zapp 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 vielleicht reicht es ja schon oder auch nicht doch es reicht ich habe das gefühl es wird reichen so aufgezeichnet so das wird dann wie gesagt noch ringsrum ein wenig naturalisiert noch ein bisschen bis da dann lass mich mal ja wieder mit rein so unser fans gate das kommt ungefähr dann da hin aber ich brauche zwei fans gates fällt es mir gerade ein so als kleine schlöse wetter da bin ich da bereit und weil das ganze so schön ist und toll ist packen wir hier noch ein türchen rein gell du mal lieber das türchen wo das türchen mama also da wird das türchen da hingepackt so doch ein wunderschön so haben wir noch die mürchen dabei haben wir keine mürchen dabei hier sind die mürchen die fischen wird werde ich mal noch behalten so gehen sie in den mürren brauche ich doch da so wollen sie die blöden schweine die man irgendwo in die richtung ne zuckerstange geh auf ja huh i made it hm hm schmeckt wie zucker mit chemikalischem geschmack geil da steht doch total drauf wo was denn hier ist hm hm es ist glaube ich nix so sehen sie die schweine habe ich doch welche gesehen gehabt irgendwo in der nähe wieder die blöde schafe pferde hm hm hallo schweine bist du ein dämmiges dummes kackschwein komm mit komm ja du auch und ne kuh ist das schön vier schweine hallo hallo dann weiß es nicht vor was die Blume schöner als meine Möhre oder was Kumpel Mönchengladen Hallo 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 Kuckuck Kuckuck Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Bug ist oder nicht Fall nicht darunter, man, du blödes Schwein Ja, schlaues Schwein Aber manchmal verlieren die den Fokus auf die Möhre und so Als ob die dann kein Interesse mehr dran haben Aber völlig ohne Grund so Das ist mir auch schon bei anderen Let's Playern aufgefallen Also lag es nicht an mir So, rein hier Einer nach dem anderen Wer will nochmal, wer kann noch nicht Kommt jetzt endlich mal rein Hier Endlich Du aus Schwein Ja, da musst du gleich wieder rausgehen Du dummes Kackschwein, Mann Ja, komm mit Ja Ach, ist ja so klar Los, mit rein hier Hallo Rein hier Seid ihr zu dumm zum Scheißen Meine Fresse So, zwei Schweine Machen wir mal drei draus Ja, es hat geklappt Ja, es hat geklappt Weiß Vielen Dank.